Guten Morgen, wir sind wach. Und wir haben hier gepennt. Und hier hat Herr Goldschwein gepennt. Und hier, das Winde zieht die ganze Zeit rum. Dieser ganze Scheißwind, der macht hier meinen Tarp kaputt. Jetzt sind schon diese ganzen Heringe hier rausgerissen. Also dieser Wind, da geht die ganze Zeit einen so richtig auf den Sack. Aber egal, ich werde jetzt erstmal zur Atlantik hingehen, um euch das zu zeigen und um mir das auch anzugucken. So, ich gehe jetzt mehr angucken. Diesen Atlantischen Ozean, oder wie das heißt. Und das soll gleich hier vorne sein. Guck mal, hier vorne ist ein Bild aufgezeichnet mit dem Strand und diesem Vollfettsteg. Und hier fängt dieser Steg an. So, ich bin gleich da. Genau, hier, guck mal. Das hier, das ist der Atlantische Ozean. So sieht das aus. Jetzt sieht das als Scheißwind und sowas. Das ist so schmierig-windig hier. Ich laufe wieder zurück. Und ich finde es schade, dass Wind und Temperaturen heute nicht mitspielen. 육bsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbübsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbsbs